Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 29. Mai. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier, ich werde euch die Woche begleiten und ich habe auch heute wieder 10 Technik-Themen für euch vorbereitet. Ja, das Wochenende war recht schön sommerlich, dementsprechend gefühlt sich so ein bisschen nach dem ersten Sommerloch an. Allzu spannende Themen sind es nicht. Trotz allem, wir legen los mit der Verbraucherzentrale in Deutschland, kommen zum Huawei Nova, zu Acer, zu Snapchat, zu Google, zu Bloomberg und Apple, zu Xbox und zu Pokémon. Wir starten mit der Verbraucherzentrale. Und die Verbraucherzentrale in Deutschland wünscht sich unter Anführungsstrichen ein Verbot von der Telekom-Tarifoption Stream On. Wir hatten das auch schon immer wieder im Geek Talk, das ist im Endeffekt eine neue Tarifzusatzoption quasi, die es ermöglicht, gewisse Dienste zu konsumieren, ohne dafür Daten zu brauchen. Wieder so eine gefährliche Geschichte in puncto Netzneutralität. Auf der anderen Seite versucht die Telekom sich hier zu retten und quasi Zero-Rating zu vermeiden, indem sie sagt, jeder, der möchte, kann bei Stream On mitmachen. Dementsprechend tut man sich ein bisschen schwerer, gegen das verbotene Zero-Rating zu reden. Auf der anderen Seite ist das ganze Thema doch sehr problematisch, das sieht jetzt eben auch die Verbraucherzentrale tatsächlich so offen, wie die das gerne hätten, ist es natürlich nicht. Vor allem, weil man relativ heftigen Strafandrohungen unterworfen ist, wenn man zum Beispiel was falsch macht und seine Daten falsch ausliefert, kann die Telekom auch relativ erhebliche Strafen verlangen. Dinge, die private Content-Anbieter, wie zum Beispiel wir Podcaster, auf jeden Fall nicht stemmen können. Und dementsprechend so tatsächlich frei, wie man das denn gerne hätte, ist es nicht. Wir kommen zum Huawei Nova. Das ist ein relativ beliebtes, günstiges Handy unter Huawei als Hauptmarke. Man bietet ja mit den Honor-Handys eigentlich auch schon eine günstige Nebenmarke an. Aber letztes Jahr wurde ja quasi das erste Nova vorgestellt. Jetzt gibt es die zweite Generation, das Nova 2 und das Nova 2 Plus. Wieder ziemlich günstige Handys. Die liegen irgendwo so bei 320 bis 400 Euro. Das Nova 2 und das Nova 2 Plus unterscheidet sich vor allem in der Display-Diagonale. Da haben wir 5 und 5,5 Zoll. Im Endeffekt so ein bisschen wie die iPhones. Also vielleicht optisch eigentlich hübsche Geräte. Voll Aluminium erinnern auch so ein bisschen an die iPhones optisch, muss ich gestehen. Aber unterm Strich, ich mag immer dieses, da hat jemand ein Design geklaut. Nicht Handy ist Handy und Smartphone ist Smartphone. Hinten Metall, vorne Glas, da nimmt sich keiner. Großartig was. Ja, Innenleben relativ überraschend gut eigentlich dafür, dass der Preis recht günstig ist. Es gibt den hauseigenen Kirin SoC in der Version 659, 4 GB RAM und eine Dual-Kamera mit 12 und 8 Megapixeln. Speichermäßig haben wir 64 GB im kleineren Modell und 128 GB im größeren Modell. Vorderseite auch ganz beeindruckend, die Kamera hat 20 Megapixel. Verkauf soll demnächst losgehen, eben ab 325 Euro. Durchaus spannende Geräte meiner Meinung nach. Acer hat das Wochenende auch genutzt und hat zwei neue Notebooks vorgestellt. Zum einen das Nitro 5, die Acer Nitro Reihe ist ja für Spieler gedacht vor allem und im Endeffekt für relativ günstige PCs oder günstige Spiele PCs gedacht. Die Torreihen-Spiele-PCs sind ja die Predator, die Nitro Reihe ist dann eher ein bisschen preiswerter und gerade der Nitro 5 ist noch ein bisschen preiswerter. Grafikkartentechnisch geht es rauf bis zur GTX 1050 oder einer Radeon RX 550, das heißt es ist nicht das allergrößte und allerstärkste. Ja, trotz allem, wer ein bisschen preisgünstiger spielen mag, kann da ja mal hinsehen. Auf der anderen Seite wurde auch der Acer Spin One vorgestellt. Ein Convertible, wo ich das Display um 360 Grad drin kann. 11,6 Zoll groß, 1,25 Kilo schwer. Interessantes Gerät, Preis geht bei 330 Dollar los. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant für den Preis werden. Wir kommen zu Snapchat und die haben jetzt eine neue Funktion in den Stories. Daher ist es möglich, Stories zu gewissen Themen zu machen und auch einzustellen, wo diese Stories zu sehen sein sollen. Das heißt quasi, wo im Umkreis man vor allem auch diese Stories sehen kann. So kann ich zum Beispiel auf einem Festival sein und eine Story nur zu einem Festival machen und dann auch einstellen, dass die nur im Umkreis von diesem Festival von Besuchern quasi gesehen werden kann. Durchaus spannendes neues Feature. Wir bleiben bei Snapchat, die kaufen Control Me Robotics, ein Drohnenunternehmen, das in L.A. zu Hause ist. Ja, passt durchaus ganz gut zu den restlichen Aufkäufen, die Snapchat immer wieder gemacht hat. Da geht ihr auch sehr viel in Richtung Kamera. Kein Wunder, Snapchat setzt sich auch sehr stark auf Fotos. Warum nicht? Vielleicht auch hier mit den Drohnen eine interessante Weiterentwicklung. Wir kommen zu Google und zur neuen Google Beta 7.3, also der Google App Beta. Da gibt es interessante Neuerungen, würde ich jetzt mal fast sagen. Auf der einen Seite gibt es einen Hinweis auf Podcast Subscriptions. Das heißt, vielleicht kann man in dieser App bald Podcasts abonnieren. Großer Vorteil, das wird synchronisiert mit den anderen Google Diensten. Das heißt auch der Play-Status oder welche Folgen gehört und nicht gehört wurden. Auf der anderen Seite wäre dann ja auch der Google Assistant möglich, darauf zuzugreifen. So bekommen Podcasts vielleicht auch Einsatz auf dem Google Home. Das würden wir natürlich gerade als Podcaster sehr, sehr begrüßen. Sonst auch ein paar kleine neue Features, zum Beispiel Datensparoptionen für Google Now-Karten. Wir bleiben bei Google, gehen aber zu Google Fotos. Dort wird jetzt den ersten Nutzern angeboten, sich auf Fotos zu identifizieren. Warum das Ganze? Naja, Google hat ja bei der I.O. angekündigt, dass man jetzt bald auf Fotos erkannt wird, wenn man das denn möchte. Und dann auch den entsprechenden Personen, die erkannt wurden, das Ganze teilen kann. Dementsprechend muss Google aber natürlich auch mal lernen, wer auf diesen Fotos drauf ist. Klar, diese Option kennen wir eh schon von vielen anderen Fotodiensten. Was ein bisschen spannender ist, wenn ich mich selbst identifiziert habe, kann ich auch einstellen, hey, soll ich für andere Leute auch aufscheinen und dort identifiziert werden können oder nicht. Bedeutet, wenn ein Freund von mir ein Foto in der Cloud hat und ich das aktiviert habe, erkennt der dann gleich, ah, das ist der Jan in dem Fall jetzt für mich und kann mir die Fotos dann so auch direkt zuschicken. Interessantes Feature, wenn auch wieder ein bisschen creepy. Wir werden sehen, wie viele Leute das dann tatsächlich freischalten. Zuletzt bei den Technik-News kommen wir kurz zu Apple. Laut Brunberg soll Apple an einem eigenen Prozessor rein für KI-Aufgaben und für Augmented Reality und selbstfahrende Autos arbeiten. Heißt quasi ein neuer Apple-Prozessor für die Was-Wort-Themen der Zukunft. Wir dürfen gespannt sein, vielleicht gibt es auf der WWDC, die ja in genau einer Woche startet, schon die ersten Infos dazu. Mehr Infos gibt es auch im Spielbereich, zum Beispiel zum Xbox Game Pass. Wir haben ihn schon angekündigt, jetzt ist er mehr oder minder da. Ab Anfang Juni startet er für 9,99 Dollar oder Euro. Könnt ihr ziemlich viele Spiele, davon auch sehr, sehr viele alte von Xbox 360, auf eure Xbox zurückholen, quasi wenn man so will. Das Angebot ist recht groß eigentlich. Gears of War 3, Bioshock-Reihe, Halo 5, Guardians, Book of Unwritten Tales 2, XCOM, Enemy Within, Saints, Raw und so weiter und so weiter und so weiter. In den Show-Notes findet ihr eine große Liste. Alle jene, die Jetschern Xbox Live Gold haben, können das Ganze 14 Tage lang testen, bis das Ganze dann eben Anfang nächsten Monats, also in zwei Tagen eigentlich, dann startet. Zuletzt noch eine kleine News zu Pokémon, aber nicht zu Pokémon Go, sondern zu Carbador Jump, ein neues Spiel von der Pokémon-Kompanie, das veröffentlicht wurde. Eine recht kurzweilige Mischung aus Frippy Bird und Tamagotchi. Wer hineinsehen mag, das Spiel ist kostenlos. Viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß wünsche ich euch auch am restlichen Montag. Wünsche euch auch eine schöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.